Co-Security präsentiert 0181 live. Ein saftiges Steak oder doch lieber einen lustigen Salat, was würden Sie vor Ort ziehen? Wie mit Ihren Gästen, da ist es klar. Herr Manino? Ja, ein Salat natürlich, wenn das nur die Auswahl ist, aber ich glaube, die Alternative ist vielleicht ein bisschen unfair. Ich meine, es gibt mittlerweile viele Fleischalternativen, vegane Currywurst, veganes Rindgulasch, veganes Hackfleisch, also wenn es so eine Alternative wäre, wäre es natürlich klarer und vielleicht fairer als für dich, aber sonst ist der Salat, ja. Klar, Sie sind der Initiant von der Initiative Nachhaltige und Faire Ernährung und wollen, dass der Staat vegetarische und vegane Essen fördern soll. Neben Ihnen sitzt Herr Zimmermann, das muss ich Sie natürlich auch fragen, Steak nehme ich an. Ich würde Steak vorziehen, aber ich würde das Salat dazu essen. Ah, ok. Sie sind ja Präsident des Metzgermeisterfrans von den beiden Basel, wo Sie gehört haben, dass es so eine Initiative gibt, wo es vegetarische Essen soll verordern, was haben Sie da gedacht? Mir denke es immer lustig, wenn ich diese Begriffe höre, weil es ist eine vegetarische Currywurst und es ist vegetarisches Hackfleisch und dann finde ich auch immer das gleich noch lustig, dass trotzdem der Name noch bleibt vom Fleisch, weil in so ganz verdrängen kann man es halt gleich nicht und es ist halt von Urzeiten schon vorgegeben, dass irgendwie ein bisschen Fleisch ähnlich muss sein und darum bleibt auch der Name noch. Darum ist es einfach ein vegetarisches Hackfleisch und das sollte man immer zum Schmunzeln veranlassen. Ja, also ich würde mich jetzt fragen, warum das lustig ist, ich meine, es hat ja niemand etwas gegen Fleischgeschmack im Gegenteil. Also den Fleischgeschmack finde ich auch super, den möchte ich überhaupt nicht missen, das ist ein Ziel von mir, einfach kulinarischer Genosse, ich meine, grillieren im Sommer und so weiter absolut, aber es anders... Da so grosse, das ist irgendwelches Rindfleisch nehme ich an, natürlich die Kladewurst, es ist grillzeit, es wird jetzt überall grilliert, überall werden Würste gekauft und konsumiert, was ist denn da schlecht dran, Herr Manino? Ja, also sicher nicht der Geschmack, darum eben, ein Ziel von mir ist kulinarischer Genosse, aber ein anderes Ziel von mir ist Tierschutz, konsequenter Tierschutz und Umweltschutz zum Beispiel und wenn ich den Fleischgeschmack habe, also das Ziel kann erreichen und Tierschutz und Umweltschutz, das Ziel kann erreichen, dann ist das ja ein Win-Win-Win. Und was zum Beispiel schlecht dran ist, ist, dass wir denken, dass unser Tierschutzgesetz im Moment zwar recht gute Prinzipien enthalten, aber doch sehr inkonsequent ist. Also es hat eine Definition von Tierquälerei, wo wir ja alle ablehnen, wo ungefähr so etwas besagt wie, das ist unnötige Schädigung von Tieren. Also wenn wir Tiere schädigen und das unnötig ist, dann ist es eigentlich tierquälerisch. Und jetzt zum Beispiel im Forschungsbereich wird das recht konsequent angewendet, ich meine, im Forschungsbereich darf man zum Beispiel kein Tier töten, wenn es eine valable Alternative dazu gibt. Und darum gibt es auch Bundespflicht, die Alternativen zu fördern, also da macht der Staat etwas. Aber dann im Landwirtschaftsbereich zum Beispiel findet man da nichts. Obwohl man dort eigentlich eine ähnliche Situation hat. Hier und heute, in unseren Breitengraden, ist der Fleischkonsum eigentlich unnötig. Also wir können uns gesunde Gute ernähren ohne Fleisch, das ist Nachweis, das ist das Bundesamt für Gesundheit. Und es ist eine massive Schädigung von Tieren. Also 50 Millionen Landtieren töten wir allein in der Schweiz pro Jahr. Und da muss man sich schon fragen, in welcher Relation steht das? Und ist das konsequent? Ist das vereinbar mit dem Tierschutzgebühren? In unserer Kultur zumindest gilt das schon, das Grundnahrungsmittel auch. Das ist so. Und ob es eine Schädigung vom Tier ist, das würde ich jetzt schon bezweifeln. Also grundsätzlich tun wir ja nicht Schaden und Leid am Tier zufügen. Ja, also ich meine, die Tötung von einem Tier ist, glaube ich, schon der ultimativ Schaden. Also man kann sich zum Beispiel fragen, würdet ihr auch Hunde schlachten zum Beispiel? Also wenn wir jetzt in unserer Kultur das mit Hunden machen würden... Also es ist früher noch erlaubt, Hunde zu essen. Aber wenn würdet ihr es jetzt zum Beispiel noch machen? Also Hunde? Ich persönlich nicht. Wieso denn nicht? Weil ich das Tier jetzt nicht würde essen. Ja, aus Mitleid mit dem Tier. Nein, nicht aus Mitleid mit dem Tier, weil es mir als Tier nicht würde passen. Ja, aber wenn es jemandem würde passen, also wenn es jetzt zum Nachbarmetzger sagt, ich möchte jetzt gerne 300 Hunde pro Tag töten, dann wäre es... Ja, im Moment ist es nicht erlaubt. Früher ist es einmal eine Zeit, wo es erlaubt gewesen ist. Ja, aber ich denke, es gibt einen guten Grund, warum das nicht erlaubt ist. Und wenn wir zum Beispiel nach China schauen, wo die Hunde Nutztier sind, dann erkennen wir da, dann denken wir, wie kann das sein? Aber jetzt haben wir da doch vielleicht einen kleinen Widerspruch. Wenn man jetzt in die Forschung zum Beispiel schaut, die hat herausgefunden, dass Soi sogar noch sensibler und intelligenter sind als Hunde. Soi können zum Beispiel mit Spiegeln umgehen, was Hunde nicht können. Und dann muss man sich schon fragen, wenn wir das mit Hunden nie machen und als Tierqualerei erkennen würden, warum machen wir es denn mit Soi? Mit Millionen pro Jahr. Herr Zimmermann, Sie dienen ja selber auch Schlachten. Sie haben ein Tier schlacht und haben eine Metzgerei. Woher kommen die Tiere, die Sie schlachten? Wir metzgen vorwiegend Tiere aus der Umgebung. Also nächster Umgebung, also 5, 5, 10 Kilometer weg, direkt vom Bauern angeliefert. Das ist meines Erachtens relativ human. Und wir haben auch keinen Riesenschlachthof. Wir metzgen das eigentlich noch wie zu Grossvaterszeiten. Und möglichst human. Es gibt auch seit neuestem Tier-Ethik-Ausbildung für Schlachtpersonal. Das wird im zweijährlichen Rhythmus wiederholt, wo jede Person, die mit der Schlachtung zu tun hat, Anlieferung, Abladen, muss machen und von daher auch geschult wird, dass nicht unnötiges Leid dem Tier zugeführt wird. Und da schauen wir eigentlich drauf. Können Sie da irgendwo, nicht auch einen Unterschied machen, ob jetzt eben das Fleisch vom Tier kommt, wo irgendwo noch ein schönes Leben gehabt hat, zumindest, oder halt dann irgendwie so Maschentierhaltung, wo durch halb Europa gekarrt werden. Ist das für Sie doch noch irgendwo eine Differenzierung oder ist das grundsätzlich alles abzulernen? Natürlich ist es ein Unterschied. Also natürlich, je mehr Leid, also die Produktion von Städten geht und während der Schlachtung, desto schlimmer für das Tier, keine Frage. Aber es gibt zum Beispiel aktuelle Studien aus Deutschland, wo die Schlachtmethoden untersucht wurden, in der Schweiz gibt es sie leider noch nicht, aber in der Schweiz wäre die gleichen Schlachtmethoden angewendet, die zum Beispiel zeigt, dass bei den Rindern vier bis neun Prozent noch bei Bewusstsein sind nach dem ersten Bolzenschuss. Und das ist auch bei nicht industriellen Schlachtungen so. Das kann man fast nicht vermeiden. Oder bei den Säulen, die mit CO2 betäubt werden, dass das häufig auch qualvoller Prozess ist. Da habe ich mich aber gerade informiert. Extra. Ich habe das gelesen in den Unterlagen und habe extra am Schlachthauschef angerufen von Basel und habe ihn gefragt, wie das ist. Und dann hat er gesagt, das ist tatsächlich so, dass zwischen 0,5 und knapp 1 Prozent die CO2-Betäubung nicht ganz funktioniert und die noch Reflex aufweisen. Und dann habe ich gesagt, ja und was machen die dann nachher? Und dann hat er gesagt, die werden dann nachher betäubt, nachbetäubt. Also die kommen nicht so, wie das in euren Unterlagen steht in die Schlachtband und nachher werden bei lebendigem Leib gebrüht oder irgendwie, wie das da drin steht. Ja, das kommt vielleicht auch noch auf die Grösse von Schlachtereien an. Nein, ich meine mit 40 Millionen Kilo oder noch ein bisschen mehr ist Basel eines der grössten Schlachterhäuser in der Schweiz. Und da wird das also auch im Einzelfall wirklich noch unterschieden. Ja, aber man muss sich das mal vorstellen. Also das ist ein Tier, das intelligenter ist und sensibler als die Haustiere, die wir halten. Und dann wird es einfach betäubt, wacht wieder auf. Was muss man sagen? Nein, es wacht nicht auf. Sehr wahrscheinlich, er hat gesagt, das tut noch Reflex zeigen. Ja, das sagt jetzt er als Schlachthofbetreiber, aber das nimmt man. Also wenn man das anfragt, wenn man... Also die Kantonstiere sind ja vor Ort. Ja, aber wenn man... Und die sind ja immer dort. Auch wenn man jetzt journalistisch oder so anfragt, darf man das mal anschauen oder darf man Studien durchführen, dann hat man häufig, bekommt man negativen Bescheid und da fragt man sich dann natürlich schon warum. Also wir sind eingeladen, zum Studien zu machen. Ja, ich würde das vielen Dank. Okay, jetzt... Sie haben vorhin gesagt, eigentlich braucht es gar kein Fleisch. Wir können auch ohne auskommen. Wenn man jetzt aber so die Entwicklung der Menschheit anschaut, ist ja der Mensch eigentlich ein Allespresser. Und dank dem Fleisch hat er überhaupt so ein grosses Hirn. Also ist es überhaupt gesund, ohne Fleisch zu leben? Dass der Mensch ein Allesfresser ist, heisst ja nicht, dass er alles muss essen oder alles soll essen, sondern dass er alles kann essen. Und dass wir alles können essen, heisst so, dass wir die Wahl haben. Und wenn wir die Wahl haben, dann würde ich dafür plädieren, dass wir eine Wahl treffen, die aus Tierschutzgesichtspunkten, aus Umweltschutzgesichtspunkten oder auch aus Gesichtspunkten von öffentlicher Gesundheit zum Beispiel vorteilhaft ist. Und jetzt, öffentliche Gesundheit habe ich erwähnt. Ja, öffentliche Gesundheit, muss ich also schon ein schweres Strichwort machen. Also, mir aus liberaler Sicht eigentlich einfach angeschaut, wie viel Status wir heute schon haben. Er muss mir nicht auch noch auf einen Teller schauen. Und da bin ich also schon auch nicht mit dem Initiativskomitee einverstanden, dass überhaupt, muss das Gesetz ahnen, dass man den vegetarischen oder den veganischen Konsum muss fördern. Sondern man kann den auch fördern, auf privater Basis. Jeder darf, wenn er will, aber er muss nicht. Das schauen wir doch jetzt genauer an. Vorher möchte ich geschwind aufrufen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir dürfen nämlich gerne mitdiskutieren. Soll der Staat, wie Sie vorhin gesagt haben, das vegetarische Essen fördern oder nicht? Was denken Sie? Räuten Sie an auf 061-202-9540. Also eben, vegetarisches Essen ist okay, kann man auch propagieren. Aber ist es die Aufgabe vom Staat, dass er das machen muss? Ja, ich meine, also der Staat engagiert sich ja im Bereich Umweltschutz und Tierschutz. Da würde man auch nicht sagen, das ist keine Staatsaufgabe. Sondern alles, was... Also ich bin absolut der Meinung, wenn etwas nur private Folgen hat, dann hat sich der Staat absolut auszuhalten. Aber sobald etwas öffentliche Folgen hat und auch Schadensfolgen für andere... Also das Bundesamt für Umwelt sagt zum Beispiel, dass die Nutztierhaltung der grösste umweltbelastende Faktor in der Schweiz ist. Es gab eine ETH-Studie, die zeigte, dass die Klimabelastung in der Schweiz vor allem von den Tierbeständen abhängt. Das heisst, wenn wir dort etwas machen wollen, dann müssen wir die Tierbestände in der Nutztierhaltung reduzieren. Das heisst, wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren. Das ist auch etwas, was ich betone möchte. Also die Initiative, die operiert ja nicht mit Zwang. Auf das haben wir auch geschaut. Wir haben ja auch eine liberale Grundhaltung. Sondern ich möchte einfach einen Anreiz schaffen, um das Angebot zu erweitern. Dass man eben diese Freiheit hat. Aber diese Angebote hätte ja heute schon anbieten. Aber sie werden halt nicht genutzt und dann kann man nicht ausziehen. Aus Zwang, einfach ein wenig initiieren und sagen, jetzt müsst ihr aber vegetarisch essen. Wenn es der Konsument nicht will, dann entscheidet, dann will er es halt einfach nicht. Ich würde auch sagen, der Konsument will es. Aber das bildet sich nicht zwingend im Markt ab. Also wenn man zum Beispiel... Doch, doch. Da wird es jetzt weit herkommt. Da wird es ganz weit herkommt. Eben nicht. Der Markt würde es vielleicht dann besser regulieren. Das ist schon das Prinzip, wie perfekte Informationen bestehen. Aber aktuell gibt es eine grosse Desinformation. Aktuell haben viele das Gefühl, vegetarisch oder auch vegan, das heisst sie Körnlippickerei. Und dann können wir dann sonst nichts, nichts Wehrschaft zu bekommen. Das Bild haben viele noch im Kopf. Und das wird auch häufig transportiert. Gerade leider auch von der Fleischindustrie manchmal. Und wenn es da mehr Informationen noch geschaffen werden kann, dass man durchaus auch Wehrschaft in München... Also wenn ich den vegetarischen Kopfplan-Namen anschaue, je nachdem... Dann muss ich also schon sagen, dass das korreliert also schon nicht so mit der ganzen... Mit der anderen... Ähm... Philosophie oder Strategie, die man will fahren, je weniger Chemie und weniger Zusatzstoffe, weniger Eimer stelle, wenn ich eine Currywurst, vegetarische ansehe, dann hat es nicht eine Nummer drin bis zur Hochhabe, oder? Ja... Also da würde ich dann lieber ein Plätzchen nehmen, wo nur mit Salz und Pfeffer gewürzt ist. Ja, ich meine, das ist überhaupt das Gleiche. Also sowohl bei Fleisch- und Milchprodukten wie auch bei pflanzlichen Produkten. Und Fleisch- und Milchalternativen hat man natürlichere und weniger natürliche Sachen. Dass so etwas natürliches ist, heisst das nicht unbedingt, dass es besser ist. Also ich meine, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Um was geht es genau bei dieser Initiative? Ich habe hier zwei so Grafiken vorbereitet. Das Ziel ist, erstellen eines kantonalen Leitbildes zur Förderung einer vermehrt pflanzlichen Ernährung. Und das Inhalt des Leitbildes soll zu Auswirkungen des Tierproduktekonsums auf das Klima, den Ressourcen und Landverbrauch, die Gesundheit und das Tierwohl. Also ganz konkret, der Staat müsste den Fleischkonsum schlecht machen. Was heisst schlecht machen? Ich meine, der Staat gibt Empfehlungen in ganz verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, wenn es legitim ist, dass der Staat Tierschutz- und Umweltschutzpolitik macht, dann denke ich, muss es legitim sein, dass der Staat auch im Bereich Fleischkonsum etwas macht. Ich meine, das Leitbild ist auch kein Novum. Das haben zum Beispiel die Städte Nidau und Lies im Kanton Bern auch schon ausgegeben. Und da operiert man auch nicht mit Zwang. Sondern man macht einfach Empfehlungen und empfiehlt zum Beispiel private Gastronomie gewisse Sachen. Und die können dann erfolgen oder auch nicht. Und wenn ein Jahr? Jetzt zum Beispiel eben Umweltschutzpolitik. Wir haben Punkto Klimapolitik wird im Verkehr und im Wohnbereich viel gemacht. Aber Studien zeigen ganz klar, dass eine noch grössere Klimabelastung als vom Verkehr von der Ernährung ausgeht. Vor allem von den Tierprodukten. Und jetzt im Bereich Verkehr ist es häufig relativ schwierig viel zu machen. Weil eine Reduktion spürt man dort wirklich stark. Jetzt im Bereich der Ernährung wäre es eigentlich viel leichter möglich. Es wäre viel leichter möglich, Treibhausgas massiv zu reduzieren. Dann muss sie schon ein wenig widersprechen. Also wir können ja die Ernährung, wenn wir dann einmal sagen wir 90% der Bevölkerung ist nur noch vegetarisch. Und dann brauchen wir ja viel mehr pflanzliche Nährstoffe etc. Und die können wir in der Schweiz ja gar noch anbauen. Weil wir diese Landressourcen gar nicht haben. Und dann lagern wir es dann nach China aus, wo sie Reis produzieren und dann Methan produzieren. Weil in den Reisfeldern haben wir nachweislich mehr Methan ausstosst als alle Rinder auf der Welt. Ich glaube es ist genau umgekehrt. Also aktuell ist es also so, dass wir enorm viel Soja und Getreide importieren. Vor allem aus Brasilien aber auch aus China. Und es wird zu Tierfutter, weil es zu Tierfutter wird. Und dann essen wir sie ja dann auch. Aber wir müssen ja viel weniger essen. Weil es braucht bis zu 10 Kilogramm Soja und Getreide teilweise an Kraftfutter um 1 Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Und diese Nahrung könnte man direkt zu sich nehmen und das wäre ja viel effizienter. Aber der Körper tut natürlich ja viel weniger gut die Eiweisse aus Pflanzen resorbieren, doch? Also das Beste ist ein Hühnerei, das ist mit 97% Wertigkeit. Ich glaube da habt ihr auch das Bundesamt für Gesundheit wieder ein bisschen gegen euch, der bestätigt im Expertenbericht, dass Vegetarierinnen und Vegetarier sogar gesünder sind insgesamt. Nein, es geht ja darum um die Wertigkeit. Das heisst, die biologische Wertigkeit von Getreide, Früchten und Hülsenfrüchten zum Beispiel. Die ist viel kleiner, das ist nachweislich. Die ist kleiner für den Körper, der kann die Produkte viel weniger gut resorbieren. Zum Teil nur zu 30% oder sogar noch weniger. Und nur Fleisch kann er bis zu 80-90% und das Hühnerei bis zu 97% resorbieren. Das heisst, direkt ohne Verlust im Körper zuführen. Ja. Und Eiweisse aus anderen Produkten, wie Pflanzen oder Früchten, kann er eben nicht resorbieren. Das stimmt einfach nicht. Doch, das ist nachweislich. Sonst könnte er jetzt keine Eiweisse resorbieren. Es geht noch weiter bei der Inhalt der Initiative. Wenn wir das noch anschauen. Forderung des Verkaufs vegetarischer und veganer Menüs in öffentlich-rechtlichen Anstalten, also wie Spitaler, Schulen, Uni, Verwaltung oder Gefängnis, beispielsweise durch tieferen Preise für Vegimenüs anbieten von qualitativ und geschmacklich überzeugenden Menüs. Das ist ihnen ja auch ganz wichtig. Aber das heisst ja also, keine Würste mehr in den Gefängnissen. Oder was bedeutet das? Aber nicht Subventionen für Vegimenüs. Aber das muss man natürlich widersprechen, weil die Grundsessel darf der Staat nicht subventionieren. Ja, aber aktuell haben wir ja Milliarden Subventionen vor allem für die Fleisch- und Milchwirtschaft. Also das ist aktuelle Realität. Und nicht für vegetarische Produkte. Das ist ja auch ein anderer Grundsatz aufgebaut. Weil die Subventionen für die Landwirtschaft... Wie lehnt ihr diese auch ab, insgesamt? Grundsätzlich muss man ein Fragezeichen machen. Ist es nötig, so viel auszugeben? Aber ich finde... Man könnte halt die Rechtszahlungen machen, dann würde das auch... Aber das Prinzip ist ja... Das wäre auch ein staatlicher Eingriff, oder? Wird ja zum Teil auch gemacht, oder? Aber grundsätzlich ist ja so, das kommt ja aus einem anderen Hintergrund. Weil man ja schon gesagt hat, für unsere Landwirtschaft, wie wir das so handhaben, oder? Das haben ja unsere Parlamentarier beschlossen. Und da ist es ja nachher noch kein... Es wird ja nicht bestritten, dass man das nicht macht. Dass man unsere Landwirtschaft nachschützt, sonst könnte man ja auch alle Gänze rufen. Aber es ist gar nicht unbedingt eine Subventionierung. Also es ist einfach quasi eine Absatzförderung. Tiefere Preise? Tiefere Preise? Tiefere Preise? Tiefere Preise? Tiefere Preise? Tiefere Preise wird da nicht abgebildet. Lanz hat eine Frage. Hallo, Frau Lanz. Ja, grüß Sie wohl, das ist Frau Lanz am Telefant. Grüezi. Ich habe dann am jungen Herr gesagt, wenn er kein Fleisch will essen, dann soll er sie lassen. Aber mit allem will ich völlig schnittbevormundet werden vom Staat. Das möchte ich ihm mal gesagt haben. Wir müssen auf die Nühe verzichten, ist staatlich verboten, ist staatlich verboten. Es reicht jetzt langsam. Ok, merci, Frau Lanz. Aber ich habe ja schon betont, die Initiantinnen und Initianten haben auch eine liberale Grundhaltung. Und darum haben wir explizit, zum Beispiel in Deutschland ist ein vegetarischer Wochentag gefordert worden. Das würde die Wahlfreiheit einschränken. Aber wir fordern ja nichts dergleichen. Sondern wir fordern einfach die Ausweitung des Angebots. Und da wird die individuelle Wahlfreiheit gewahrt. Und ich kann sogar sagen, dass es zum Beispiel auch vegane Menüs gäbe, an Orten, wo es mehr als ein Menü gibt. Das ist schon explizit im Initiativtext vermerkt und das die Wahlfreiheit erhöht. Und insofern sehe ich nicht, warum das bevormundet ist. Weiter können wir ja nicht mit Zwange... Aber Punkt sätze, ist es sicher so, also heute schon, in einem Unispital oder an einer Unimensa, wird es heute schon vegan, da ist es mindestens, oder vielleicht sogar ein veganes Mögenü angeboten? Vegetarisch nicht immer, vegan meistens nicht. Und insgesamt könnte man es einfach viel stärker fördern. Und wie gesagt, wenn Umweltschutz ein Staatsziel ist und das ist es, wenn Tierschutz ein Staatsziel ist, in anderen Bereichen wendet der Staat auch Ressourcen auf, um dort positive Entwicklungen zu begünstigen. Und insofern sehe ich nicht, inwiefern das jetzt hier eine Zwänge reise zu ziehen. Es ist ja auch ein bisschen ein Boom. Also vor allem jetzt in Basel denke ich, merkt man das schon, dass sehr viele Leute sich vermehrt vegetarisch ernähren, vielleicht nicht ausschliesslich, aber dass man nicht mehr so viel Fleisch isst. Wie gespüren Sie da? Bewusster. Ich denke bewusster. Aber es ist ja noch lustig, es widerspricht dann einfach so ein bisschen der Grundhaltung, man isst bewusster, aber trotzdem ist der Fleischkonsum ähne an der Grenze rund um die Milliarden. Also das, was importiert wird von draussen, ist rund um die Milliarden. Also dann ist die Frage, wo ist jetzt da wirklich, ist es jetzt wirklich so bewusst, wo man isst, oder tut man es einfach verlagern? Ja, also wir haben ja vorher auch ein bisschen über die Massentierhaltung diskutiert. Ich glaube, das können vielleicht ein gemeinsamer Nenner sein. Also wenn wir die Massentierhaltung reduzieren, oder der Import, ich meine, ich glaube 30% von den Fleisch- und Fischprodukten, die wir konsumieren, sind importiert. Und ich meine, das sind häufig Bedingungen noch schlechter. Und aus Umweltsicht ist das natürlich auch problematisch. Also ich glaube, das... Es macht nicht so viel aus, äh, bei 30%, das stimmt nicht ganz. Ja, ich glaube schon. Es ist ja so, wo wir gerade an der Grenze, wo wir so viel über Grenzen gehen und Fleisch einkaufen. Ja, sehr viel, ja. Wofür fürchten Sie denn jetzt mehr, die Vegetarier oder die, die über Grenzen gehen? Also, ich denke, im Moment ist, seit auch der Euro-Achlichkeit ist, ist der Grenz-Tourismus eher grösser ein Faktor, der bei uns reinspielt. Aber auf lange Sicht, äh, sehe ich solche Initiativen natürlich, äh, mit einem, äh, mit ein wenig Vorbehalt. Weil heute ist es nur eine Forderung, dass man könnte und sollte. Und morgen ist es Pflicht, dass man muss. Und übermorgen wird irgendetwas ganz verboten. Oder heisst es, es ist nur noch so. Es sind dann Salami-Taktiken, wo dann einfach regelweis immer eine Stufe höher eingestellt wird. Und immer mehr gefordert wird. Und darum bin ich ein wenig vorsichtig mit Initiativen. In diesem Bereich, äh, muss man sich wirklich, äh, die Freiheit vom Bürger und die Wahl vom Bürger müssen wir doch ein wenig höher bewerten. Oder so wie eine Salami-Taktik kommt, aber es ist jetzt falsch. Ja, ich meine, der Vorwurf kommt immer, oder? Aber, also Umfragen zeigen zum Beispiel, dass 80% der Schweizer Bevölkerung eigentlich gegen die Massentierhaltung seien. Und das heisst, wenn man etwas gegen die Massentierhaltung machen will, schon nur dann. Also wenn man nicht einmal wirklich konsequenten Tierschutz betreibt, einfach etwas gegen die Massentierhaltung. Also in der Schweiz muss ich sagen. Darf ich mal den Punkt fertig machen? Dann, äh, kommen wir einfach nicht darum herum, den Fleischkonsum zu reduzieren. Auch eben, wenn man das Importfleisch reduzieren will, das aktuell 20% ausmacht. Dann kommen wir nicht darum, um das zu reduzieren. Und jetzt kann man schon sagen, Salami-Taktik und so weiter. Aber wenn man denkt, das ist Salami-Taktik, dann kann man ja sagen, okay, ich unterstütze jetzt einen ersten Schritt. Also einfach Reduktion vom Fleischkonsum und weitere Schritte unterstütze ich dann nicht. Das wäre dann die konsequente Taktik. Es gibt Sinn, wenn Sie sagen, wir unterstützen die einheimischen Bauern und die einheimischen Metzger und schauen, dass irgendwie das Fleisch irgendwie, was weiss ich was, mehr Zoll drauf ist oder weiss nicht. Ja. Weil dort, da haben Sie ja keine Kontrolle, woher genau kommt jetzt das Fleisch, kommt das von Ungarn und Polen, wird der Kalb Europakart. Ja. Also wäre nicht das auch ein Ansatz? Sollte Bestrebungen gibt es ja. Es gibt Initiativen vom Bauerverband zum Beispiel, wo die einheimische Produktion stärken will. Das ist auch eine gute Sache. Aber ich meine, jetzt im Landwirtschaftsbereich wird an verschiedenen Orten und Fronten wird etwas gemacht. Aber die Reduktion vom Fleischkonsum ist so etwas wie ein Elefant im Raum, wo einfach viele so ein bisschen drum herum, aber es ist ein extrem grosser Faktor halt eben. Jetzt in der Klimapolitik erwähnt und wir kommen einfach nicht drum herum, den Fleischkonsum zu reduzieren. Wenn wir wirklich in diesen Bereich absehen. Der vorher Massentierhaltung angesprochen, das gibt es in der Schweiz ja gar nicht. Ja. Also in diesem Bereich haben wir ja das humanste Landwirtschaftsgesetz, die in Europa ist, oder? Das hat jedes Land das Gefühl. Nein, wir haben wirklich die kleinsten Bestände weltweit. Aber zum Beispiel bei Hühnern in der Bodenhaltung hat man ein Bestände von 15'000 und mehr. Ist das nicht eine Massentierhaltung? Gut, da kann man also... Und Hühner aus der Bodenhaltung sein. Ja. Das ist 90% von den Tieren, die wir konsumieren. Oder auch in der Kälbermast zum Beispiel wird der flächendeckende Antibiotika verabreicht, weil man sich auch häufig nicht mehr individuell um das Tier kümmern kann. Also ich glaube, das ist ganz klar Massentierhaltung. Sie haben jetzt angefangen mit der Unterschriftensammlung. Warum machen Sie eigentlich die Initiativen überhaupt in Basel? Also warum haben Sie jetzt in Basel angefangen? Ich nehme an, das ist eine Idee, dass das noch weitergeht. Aber Sie haben in Basel angefangen. Also es ist ja nicht nur in Basel, in Bern laufen Oberstrebungen, in der Stadt Bern, in Zürich allenfalls dann auch. Jetzt in Basel hat es einfach angefangen, weil hier ja... Also ich meine, die Leute, die sich im Bereich Tier- und Umweltschutz engagieren, sind hier auch besonders stark vertreten. Konkret auch Leute, die sich bereit erklärt haben, die haben interessiert, an sich Unterschriften zu sammeln. Und insofern ist das ja, pragmatisch ein Check. Ist das so ein bisschen Basel, ist so ein bisschen der Veggie-Ecke von der Schweiz? Ähm, ja... Ja, ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, aber eben nicht nur der Veggie-Ecke. Also wir haben wirklich ja viele Leute, die Fleischesser sind, Fleischesserinnen, die uns unterstützen. Grossrätin Nora Bertschi zum Beispiel und weitere Grossrätin auf nationaler Ebene, der Bastian Schicho zum Beispiel, die Aline Trede, die essen Fleisch, sind so eine gute Sache. Also es ist überhaupt nicht irgendwie eine Initiative nur für Veggie, sondern eigentlich eine Initiative für alle, die denken, dass es eine gute Sache wäre, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren und den pflanzlichen Anteil an der Nährung erhöhen würden. Ich möchte noch mal einen Anrufer in der Unterleitung, sie ist Frau Tschanz. Frau Tschanz? Hallo, jetzt dürfen Sie reden. Ja, guten Abend miteinander. Grüezi. Ich möchte daher mit deiner Initiative eigentlich gerne unterstützen. Und ich möchte die Bedenken vom Herrn, der schlachtet, ein bisschen Druck weisen. An die Bevormundung kann das nicht grenzen. Unsere Zellschaft ist sehr träge und wird so viele Sachen überhaupt nicht mehr hinterfragen. Und es geht allenfalls vielleicht einmal um einen Versuch von einem Tag. Ich selber aus ethisch-moralischen Gründen schon zwei Jahrzehnte auf Fleisch verzichten. Aus gesundheitlichen Gründen weiß man zum Beispiel, dass man auch dünners Blut hat. Nur um ein Beispiel von ganz dünnen Vorteilen können aufzählen. Und dass man sich wieder ein bisschen hinterfragt, Wie ist das gesehen während des Zweiten Weltkriegs? Wie sonst oder wie wenig sonst sind dann die Leute gesehen? Oder dann auch in den Vierten Jahren, wo viele Familien, die jetzt nicht im Grossbürgertum angehört haben, nur an Sonntagsfleisch gehabt haben. Auch eine Wockerinnerung an die Verwandte aus Bremerer Generationen. Und einfach diese Vielfalt plötzlich auch entdecken. Ich habe auch Spass gehabt. Jetzt müssen wir langsam wieder in die Diskussion reinkommen. Sie haben gehört, also so viel Fleisch wie man heute isst, das hätte man nie zuvor da gegessen. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung gewesen seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist natürlich dann auch rar gewesen. Wo Krieg gewesen ist, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, das ist vor meiner Zeit gewesen, aber so aus Erzählungen vom Grossvater noch, kann man sich da auch schon erinnern, wo das kontinentiert gewesen ist. Und mit Mäkli hat man nur das können abholen, wo man dann gerade Mäkli dafür gehabt hat. Da ist ein reger Handel gewesen. Und das ist sehr stark nachgefragt gewesen. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Wirtschaft wieder volllaufen, ist dann auch die Produktion wieder angesprungen. Und dann haben sich das plötzlich alle leisten können. Und dann ist der Konsum nachher gestiegen. Und der Preis ist zusammengekalt, das muss man auch noch sagen. Nein, der Preis ist eigentlich nicht zusammengekalt in dem Sinn, sondern das Einkommen ist gestiegen. Also das Verhältnis. Das Verhältnis hat sich verschoben, oder? Also das Einkommen ist gestiegen und die Fleischpreise ist heute praktisch noch dort wie dazumal, oder? Okay. Ist das jedenfalls auch ein Ansatz? Also essen wir schlichtweg zu billig im Grunde genommen? Grundsätzlich kann man sagen, weil das Fleischpreis hätte eigentlich der Düring nie Schritt halten können. Und wenn man schaut, welcher Anteil vom Haushaltsbudget heute auf der Nährung entfaltet, dann ist das, glaube ich, ungefähr 11% oder weniger, glaube ich 8%. Ja genau. Und wir haben es vorhin auch davon gekauft, auf Kosmetikprodukte fallen mehr als 10%. Es steht einfach in keinem Verhältnis vermutlich. Also man muss sagen, weil uns Tierschutz, Umweltschutz usw. etwas wert ist, dann kostet das vielleicht auch etwas. Aber ich möchte auch überhaupt nicht, dass das irgendwie nach grossem Verzicht klingt. Also die meisten Flexitarierinnen, Vegetarier, Veganerinnen, die ich kenne, erleben sie überhaupt nicht als Verzicht. Wir haben es erwähnt, der Fleischkonsum ist auf einem exorbitanten Niveau. Meine Mutter erzählt mir manchmal auch, als ich Kind war, hat sich auch der Sonntagsbraten gegeben. Exorbitant muss ich auch nicht ganz unterstrichen. Weil, wenn wir anschauen in Europa, essen wir am wenigsten Fleisch. In gesamten Europa. Ja, in gesamten Europa auf einem extrem hohen Niveau am wenigsten. Ja, und wir tun es uns gar nicht vergleichen. Ihre Initiative hat es bereits auch geschafft, beim Landrat zu erwähnt werden. Ich möchte noch geschwind die Einspielung zeigen vom SVP-Präsident Oskar Kämpfer, der mit Ihrer Initiative gegen die Fusion wirbt. Das wird es vielleicht auch ernster nehmen. Wenn es dann ganz dumm geht, dann können wir nach der Fusion nur noch vegetarisch essen. Er macht das jetzt noch ein wenig als Witz. Das ist ja lustig in diesem Zusammenhang. Aber trotzdem, irgendwo ist ja das Thema ein wenig genug ernst. Eigentlich müssen wir nicht Witz darüber machen. Aber zum Einen Sinn, welche Chance hat jetzt so einen Input, so eine Initiative für hier in der Region? Ich denke, wie er gesagt hat, in der Region in Basel könnte das durchaus eine Chance haben. Die Initiative, so wie ich gehört habe, hat schon gute Unterschriften gesammelt. Also, ich denke, grossmehrheitlich bei einer Abstimmung wird es vielleicht nicht zu Stand kommen. Aber die Initiative wird sicher zu Stand kommen und wird sicher besprochen im Grossrat. Falls es jetzt durchkommen würde, ist das der erste Schritt zu einer nächsten Initiative, die dann noch etwas schärfer wird? Ja, das kommt darauf an, wenn man fragt. Also eben, die Unterstützung ist sehr breit. Die kommt von Fleischäser, Vegetarier, Veganer, Umweltschützer. Ist das der erste Schritt für den nächsten Schritt, wo es dann wirklich dem Fleisch wirklich an den Körper geht? Ähm, vielleicht. Also, ich meine, wie schon gesagt, wenn man wirklich den Tierschutzgedanken konsequent vertritt, wie er zum Beispiel auch konsequenter im Forschungsbereich angewandt, muss man sich schon fragen, wenn es gesunde und gute Alternativen gibt und es nicht nötig ist, ein Tier zu töten, mit welcher Rechtfertigung machen wir sie? Also, die Frage steht sicher auf dem Tisch, die hat man medial, das hätte man beobachten können, die Debatte, die ist da. Aber in dieser Vorlage geht es ja nicht um Zwang und ich habe auch absolut liberale Grundhaltung. Also, ich denke, wenn man ein Ziel erreichen kann, ohne irgendwie staatlichen Zwang einzuführen, dann würde ich ja diese Variante bevorzugen und ich möchte... Ja, jetzt sind wir leider am Anfang des Gesprächs, aber ich sage, ich glaube, ich muss sie noch einmal einladen, dann müssen wir noch weiter diskutieren. Merci vielmals für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Das ist die Formt 061 live. Jetzt geht es auch weiter mit der Geweisschau. Mr. Nord-West-Schweiz sehen wir ein paar Bilder vom Finale. 061 live ist Ihnen präsentiert worden von Crow Security.